Peter Kadiru hat seit Wochen gedrängelt. Jetzt bekommt der 24-Jährige wieder einen Wettkampf. Ich gehöre in den Ring. Das ist wie mein zweites Zuhause. Ich fühle mich sehr gut im Boxring. Deshalb will ich da wieder rein. Seit seinem letzten Kampf im Oktober hat Kadiru durchtrainiert. Sogar an den Feiertagen. Warum soll ich nicht trainieren? Warum soll ich zuhause bleiben und nichts machen, wenn ich Weltmeister werden will? Zwölf Profikämpfe hat er inzwischen bestritten. Alle gewonnen. Ich bin halt noch nicht so auf diesem Weltmeister-Level, aber ich bin halt auf dem Weg dahin. Kadiru will sein boxerisches Potenzial weiterentwickeln. Der Kampf ist dazu da, um neue Sachen auszuprobieren, um im Geschäft zu bleiben. Auch für den Kopf ist es gut, wieder mal zu boxen. Deshalb freue ich mich, diesen Kampf jetzt machen zu dürfen. Und das ab jetzt mit Bart? Bisher war er im Ring stets rasiert. Nein, das kommt wieder ab. Peter Kadiru kündigt für seinen ersten Kampf in Tschechien einen vorzeitigen Sieg an.